Was ist Saber, Bruder? Wer kann Saber erklären? Das ist Geduld, das heißt, du bremst deine eigene Seele, dass sie nicht zäunig ist. Verstehst du, Bruder? Und das Geduld hat drei Stufen. Das heißt, Geduld auf die Befehle von Allah, auf die Ibedet. Und Saber, Geduld auf was Allah verbietet hat. Dass du Saber hast, dass du Geduld hast. Und das Schlimmste, dieses Saber, was wir jetzt reden. Und Saber, dass du Geduld zeigst auf Allah, was Allah für dich bestimmt hat. Verstehst du, Bruder? Und deswegen, nach dem ganzen Ayat, was wir recitiert haben, weil wir etwas von der Schmerz, 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 von der Schmerz. Am Ende sagt er, eine frohe Botschaft für die Geduldige. Wer? 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 Vielen Dank.